ok dann wüsten sind alles nicht damit ich mal hier sagen bitte alles zurück hier 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 und hier und du kannst auch wieder dahin so dann sind die kisten alle leer und dann kann ich jetzt hier sagen voll so waren wir noch alles voll sonst nirgends gut das sind die kisten dann hatten wir da hinten noch kisten da hinten gab es auch noch quatsch das waren ja schon die habe ich die jetzt verwechseln oder wie kann fast sein genau die meinte ich nämlich dann war ich da schon richtig unterwegs so dann würde ich die nehmen ok und dann haben wir voll 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 und voll die will ich auf jeden fall dabei haben die will ich auf jeden fall dabei haben glass pane zwei fackeln kann man noch mitnehmen kaktus kann man mal hier lassen die sind noch voll und was kann ich hier machen nix okay dann kann ich hier sagen inventar rüber rüber du bist voll du bist voll du bist voll du bist voll da wüsste ich jetzt nicht was ich mit dir anfangen sollte wenn ich bei dir noch mal kurz gucken voll voll der ist noch nicht voll dann kann ich aber auch da lassen du und du und dann würde ich mal schauen wollen haben wir da noch was ja vor allem haben wir da sticks bis zum abwinken so dann würde ich hier doch mal sagen nee dich will ich ja behalten du bist voll hatte ich sonst noch irgendwas was voll war ja dich ok die sind alle beide voll der ist voll und der ist voll dann würde ich hier noch mal kurz gucken haben wir hier was habe ich mir dabei nur gedacht und da unten also nicht da unten aber da unten gibt es ja theoretisch auch noch zeug boah da habe ich mir echt eine riesen baustelle zugelegt eine riesen baustelle habe ich mir dazu gelegt und dann würde ich doch erstmal jetzt noch ein bisschen essen und dann im inventar vielleicht mal sagen so okay das zeug kommt auf jeden fall jetzt erstmal alles in die küche ohne macht das alles relativ wenig sinn so machen wir mal das mehl darüber die eier auch zack zack und dann würde ich immer sagen bitte brot backen und dann würde ich dich ganz gerne noch mitnehmen und das kann erstmal alles hier bleiben das kann auch da bleiben das ist so gartengezuppel alles ähm was ich mit dem flint mache weiß ich noch nicht dann düsen wir da wieder raus wir machen die tür wieder zu ähm wir würden im inventar eigentlich mal sowas sagen und dann würde ich hier sagen kann alles wieder rüber würde ich hier sagen kann alles da drauf metalle und waffen so dann kann dieser kupfer nämlich wieder darüber so genau und sache splitter mies crystal fragments hätte ich erwartet irgendwie aber irgendwie wollte das nicht so den kann ich auch darüber tun so holz haben wir hier würde ich sagen du kommst darüber du kommst darüber dich will ich eigentlich mal nehmen wie war denn das konnte ich dich nicht zurück umwandeln konnte ich nicht sagen zack 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 z Okay, ich dachte, ich hätte da jetzt irgendwas gesehen gehabt, aber ist jetzt auch erst das erste Mal egal. So, habe ich noch Werkzeuge? Waffen? Ich habe nicht mal... Ah, ich habe hier sogar noch Waffen. Ich habe sogar noch Waffen. So, aber da ist überall Stein. Da sind Rohstoffe und da ist überall nichts mehr. Genau. Und da ist wieder Stein. So, es ist ja nicht so, als ob ich zu wenig Kobbel hätte. Ach, Stein! Oh, hier ist Erde. So, dann kann ich da eigentlich... Habe ich nicht. So, mich würde mal ein Rezept interessieren, und zwar Stufen. Zack! Nee, hatte ich nicht hier Treppen. Genau, so war das doch. Ich wusste doch, dass ich das irgendwie wieder reparieren kann. So, eins, zwei, drei, vier. Genau. So, kriege ich nämlich die Treppen wieder zurück. Die ich damals verbraucht habe. So, dann kann ich das hier wieder wegmachen. Und Inventar. Zack, hier bitte. Zack, hier bitte. Zack, darüber bitte. Zack, 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 zack. Zack, zack. Dann sagen wir hier, zack, erstmal. Zack, zack. Zack, zack. Und da würde ich eigentlich fast sagen... Machen wir mal so. Und dann würde ich hier nochmal sagen, zack, zack, und zack. Und dann habe ich dich nochmal. Du kannst dann mit dem eigentlich tauschen, wobei du kannst eigentlich auch da unten bleiben. Einsam und verlassen. Und dann würde ich hier zu dir nochmal sagen, zack, 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 zack. Die können hier bleiben. Und ihr könnt rüber. Was haben wir hier? Glas. So, das Glas kann dann auch darüber. Was haben wir hier? Stein. Ach, überraschend. So, dann würde ich im Inventar vielleicht mal meine Taschen ausräumen. Ich habe gehört, ich habe eine Kiste in die Steine reinmüssten. Weil ich da noch nicht genug habe. Schade. So, Stein, 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 Stein. Und dann würde ich in meinem Inventar doch nochmal nach Stein, Stein, Stein schauen und Stein und Stein. Okay, dann würde ich den Stein hier, hier, hier und hier sagen. Genau. So, und dann können wir hier mal gucken. Was gibt es da? Erde. Erde. Wunderbar, was haben wir hier? Wüstenstein. Oh. Da haben wir auch gar nicht so wenig. Da haben wir Schotter. Zack, 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 äh, Inventar, hopp, Schotter, 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 Schotter. Dann kann der eigentlich hier, ach, der kann auch weg. So, Schotter und hier haben wir Stein. Da haben wir Stein, da haben wir Stein, da haben wir Wüstenstein. Wüstenstein, da haben wir Stein, da haben wir Erde. Zack. Da hätten wir noch Wüstenstein und Wüstenstein. Zack, zack, zack. Also erstmal du. Zack, zack, zack. So, hier sind wir bei Wüstenstein. Bei Wüstenstein. So, mein Inventar möchte ich nochmal aufräumen. Zack, 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 zack. Und dann nochmal hier, 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 hier. Wüstenstein, das war's schon. Und dich, also du und du. Wunderbar. So, und dann ist hier Stein, der ist voll. Und hier ist Erde. So, da war auf jeden Fall Schotter. Den würde ich auch gerne noch ein bisschen befüllen. So, und eigentlich würde ich auch ganz gerne nochmal kurz etwas kraften. Und zwar, na gut, lassen wir den mal weg. Hauen wir den mal da hin. Wir sagen hier mal, weee. Whip, whip. Whip, whip und eins und zwei. Gut. Dann geht's hier zu Holz zurück. Und da schmeißen wir den ganzen Schotter halt wieder rein. Den Kaktus, den brauche ich eigentlich im Garten höchstens.